Ich bin auch da und ich geehrte, dass Sie heute Morgen kommen. Sie natürlich auch. Guten Morgen. Guten Morgen. A-U, wir lieben dich. A-U, du Märchenland. A-U, jetzt an den Hand. A-U, wir loben dich. A-U, dich unser Schönes. A-U, wir lieben dich. A-U, wir lieben dich. A-U, wir lieben dich. Verehrtes Publikum, heute ist ein wichtiger Tag in der Geschichte unseres Landes. Denn heute findet die Welt erst Uraufführung der ersten allyrischen Oper aller Zeiten statt. A-U, wir lieben dich. Nein. Wir spielen sie ihm vor, wenn er schläft. A-U, das ist gut. Nein, er wird aufwachen, weil er so hellhörig ist. Er wird schon wenige gestresst. Sie hört ja wirklich gar nicht da. Sie sind auf der Asta, siehst du das da? Sieh sie, er freut sich nicht. Schade, dass nur ich da drunter passt. Ich glaub es nicht, ich mach! Sonst lässt du mein erster Gast. Dürft ihr sie üben? Wäre etwas zu sehen. Aber was soll das tun? Ich fühl mich frisch und entspannt. Um ein Gerät auszuprobieren. Und deswegen zu demonstrieren. Das kann ich gar nicht sagen. Um ein Gerät auszuprobieren. Wo ist nur eine Idee. Wir schreiten, es kann man sie. Aber als es kommt. Ach sind wir. Wir schreiten, es kann man sie. Und wir schreiten. Wir schreiten! Musik Musik Musik